Schneeflöckchen hier weghauen. Na, kommt. Gehen sie mir doch langsam auf den Nerf. So, dann wollen wir mal schauen. Da gibt's einen Moni, den ich nicht treffe. Das ist glaube ich Geschwindigkeit, ne Energie. Ach komm. Hab ich jetzt... Ich hab jetzt die Spezialattacke genutzt. Obwohl der Typ schon alleine drauf gegangen ist. Naja. Soll aber einer sagen, ich bin verschwenderisch. Das ist doch völlig gelogen. BANANA! So, jetzt haben wir wieder so'n... Wir können ja auch springen, ne. Also das ist ja auch... So'n Ding. So. Und jetzt hauen wir euch mal beide rum. Hat wohl nicht geklappt mit dem Umhauen, aber... War ganz knapp. Ich hätte mit dem Spezialangriff vielleicht doch aufheben sollen. Diese größere Attacke. Boom. So. So. Jetzt fehlt's noch du. Und da war er auch schon. Erdbeere und Banane. Sehr schön. Ich nehm mal hier so'n Steinchen mit. Das könnte vielleicht helfen. So. Einmal so. Und einmal... So. Der müsste platt sein. Nur noch der übrig. Komm. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Und das Schwert. Machen wir auch platt. So. Was gibt's hier für'n Boni? Nehme ich. So. Guck mal. Oh. 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 Hau. Hat's aber nicht gekillt. Naja, schade. Aber jetzt... Banana! Jawoll. Jetzt kommt nochmal 2. Aber da war eine Banane. Ey, lass mich mal rankommen hier So, den hat's erwischt Den erwischt jetzt gleich Und dann will ich auch eine Banana sehen Oh, ich glaube es ist der letzte Abschnitt Jawoll So, jetzt bin ich alleine bei den zwei Bossen Ja, das kann ich ja nicht abbrechen, müsst ihr euch nochmal antun Beziehungsweise ich weiß, ob man's abbrechen kann Und das wollen Zwillinge sein? Naja, ich weiß ja nicht So Dann machen wir's mal allein hier Wird natürlich ein bisschen länger dauern, als wenn wir das per Team machen So, Schilde sind an Na komm, 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 komm hierher Wrennt euch mal gegenseitig um, sehr schön Wer hat sein Schild verloren? Ich glaube die Position hier ist ganz schlecht Ich komme hier nicht raus So, kommt jetzt, regnet's gleich wieder Schnee und Eis Und Feuer Okay, irgendwer rennt auf mich zu Sehr schön, ah, hier Dann geht's hier weiter Yeah Hero ab noch Und Äh, ja Weglaufen Und weiter Scheiß auf das Schild Okay Wrennt euch mal gegenseitig um Sehr schön Ach Was hat Hanni bald schon immer gesagt Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert So, schieß mit dir mal an den Arsch Oh, da mach ich dir ein paar Löchereien, du Das kann ich dir sagen Oh, jetzt Jetzt mich chargen Nein, okay Also ich kümmere mich erst mal um einen hier Ist einfach leichter Okay, 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 okay Er haut mich gleich um Oder auch nicht Okay, jetzt wird gecharged Äh, falsche Richtung Hier ist der Eisfritze Aber okay Nicht gut Ab immer in den Hintern rein Immer in den Hintern rein So, jetzt bleibst nur noch du übrig, Freundchen Na Jetzt kriegst du Schüsse Hast du die Hosen schon voll? Ja Ab in die Neon Ab in die Neon Boom Und schnell weg, schnell weg Hat mich noch erwischt Kleiner Drecksack Jetzt willst du mich noch rumrennen? Na dann Was war das denn? Kriegst du überhaupt was hin? Jetzt willst du wieder kommen, ja? Wieso bleibt der immer stehen? Aber Er hat jetzt überhaupt kein Schild mehr Das schildt wahrscheinlich nur Wenn sein Zwilling da ist Weil er vor mir keine Angst hat Aber Großer Fehler Großer Fehler Au Aber es macht nichts Ich hab das hier So Oh, Erdbeeren Huuu Na komm Wo rennen wir denn? Wo rennen wir denn? Wo rennen wir denn? Ja, so eine weite Strecke Und dann völlig umsonst Nur damit ich dir in den Hintern schießen kann Ach Der ist doch gleich Blatt, Mensch Das war's Ihr seht hier oben Alamantium Yeah Selbst Solo klappt das Dauert vielleicht Bei der einen oder anderen Stelle Ein bisschen länger, aber Hier haben wir's Buonkse Ne? 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 Wuhu Yeah Silver Jetzt müsste der Überlebensbonus kommen Was für ein beschissener Name Überlebensbonus Ne? Egal Gold und Alamantium So, das dürfte auch ein Level Up sein Acht Tickets 40 Ja Also so 40 Silberleute Und da sollen wir 5000 zusammenkriegen Also echt Aber wir haben Level 7 erreicht Ich habe einen neuen Spezialentgriff erhalten Na, den müssen wir uns doch gleich mal anschauen Würde ich sagen So Da bin ich Mit Level 7 Dann schauen wir mal Gehen wir doch gleich in die Missionen Und hier rein Was ist das denn Optischer Megastrahl Hm Schau mal, was kann man da machen Ihr seht ja Ich kenn mich da ein bisschen aus Weil ich hab die neuen Mal inzwischen Gespielt Nein, ich will kein Kartenspiel haben Ähm Hier nehmen wir was Einfaches Es geht jetzt mit's bloß darum Dass ich die neue Spezialattacke mal in Aktion sehen will Gucken wir einfach mal Was die so bringt, ne Sabertooth kennen wir ja alle schon Wer die anderen Parts gesehen hat Weiß gar nicht Hab ich Sabertooth schon mal Mit Cyclops besiegt Ich glaub schon, ne Was bringt das Okay, mehr Leben Wow 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 Wer lebt noch? Jetzt nicht mehr Bye, bye Okay Okay Ich weiß, es ist jetzt Verschwendung Aber ich benutze meine Spezialattacke Um zu sehen, was es ist Was war denn das? Wurde ich jetzt unterbrochen oder was? Und die wurden nicht ausgeführt? Weil ansonsten hab ich jetzt Überhaupt nichts gesehen Was das gebracht hat Kann ich jetzt noch mal Oh Wow Also für einen Gegner ist das super Und ich sammle hier mal meine Bananas ein Bam Was war denn das? Vielen Dank.